Hallo YouTube, da bin ich wieder. Nach mehreren Wochen melde ich mich mal wieder zurück und zwar mit einer Erneuerung. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Bereich noch. Und zwar habe ich mir was gekauft. Für 400 Euro habe ich mir was gekauft. Und zwar den hier. Jetzt werdet ihr auch weitere Videos von gesehen. Jetzt geht es wieder los. Ich bin jetzt wieder mobil. Und ja, kann man schon erkennen. Mofa-Roller. Und ja, nur mit originalen. 19.942 Kilometer. Ja, alles original. Sogar Unfallschiff. Und aus erster Hand. Beziehungsweise jetzt aus zweiter Hand. Weil ich bin der zweite Besitzer. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Dass jetzt wieder bald neue Videos kommen werden. Ja. Das hier mit eurem Zweig-Cut steht da sogar drauf. Hehehe. Warum nicht? Hehehe. Krass. Oh, alles Standard, Leute. Ja. Ich war vorhin gerade noch einkaufen bei Markkauf und bei Aldi. Deswegen ist das hier so voll. Aber da geht gut was rein in den Roller, finde ich. Ja. Das ist hier das wirklich winzige Topcase von der Marke. Motowell kenne ich gar nicht. Das ist echt winzig. Das ist echt winzig, ey. Genau so meinen Helm. Den kriege ich. Man kann hier mal sehen, den großen Unterschied. Den kriege ich so gerade eben noch rein. Na ja. Das ist aber auch alles nix, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Das Topcase war schon dran, meinte der Vorbesitzer. Da. Und ja. Und ja. Dann. So war ich bald tanken fahren, ey. Ohne Scheiß. Dann machen wir den mal an. Das ist übrigens hier. Können wir euch auch noch zeigen. Gedrosselt. Genau. Weiter geht's nicht zum Drehen. Und ja. Das wollte ich euch nochmal zeigen, dass es jetzt neue Videos wieder von mir gibt. Endlich. So, Soundcheck. Das ist alles noch original. Das ist alles noch original. Und den Vergaser müsste ich mal wieder einstellen oder so. Ich glaube der ist laut Vorbesitzer. Ja. Kann ich auch. Ja. Weil laut Vorbesitzer. Ähm. Ja. Geht der halt irgendwie nicht. Bis zu langweilen. Ja. Ich wollte hier mal ganz kurz die Geschleunigung zeigen. Ja. Von meinem Roller. Dazu müsste ich einmal. Ja. Ich glaube. dass es reicht. Ja. Und jetzt mal die Beschleunigung. Ja. 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 Da geht's schon ganz ordentlich ab. Ja. 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 Dann bringe ich mal die Einkäufe nach oben. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein Jungs und Mädels. Ja. Ich habe extra gewartet auf Nachts, weil es ist ja alles dunkel und ich will euch mein Highlight zeigen, warum ich den gekauft habe. Das war auch der Grund, warum ich den gekauft habe. Hier hat sich nichts verändert, außer die Uhrzeit. Und hier ist ein ganz kleiner Schalter. Jetzt kommt es, ey. Ist das geil. Ist das geil. Geil, oder? Das ist mein Highlight. Deswegen habe ich den gekauft. Das war der Vorbesitzer, hat sich da richtig Mühe gegeben, das alles reinzubasteln. Deswegen habe ich mir den gekauft. Aber auch nur deswegen, ey. Boah, ist das geil. Hammer. Ja, das Ding habe ich mir den gekauft. Hammer geil. Oder was hat ihr dazu? Ist doch geil, oder? Für nachts zum Schillen oder so? Geil. So.